So, wir gleiten zurück kurz in das Jahr 1991, da war Johannes ein Jahr alt und als seine Mama das Radio anmachte, kam folgendes Lied. Das war's. 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 Oh, 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 oh Trapped today, trapped tomorrow Trapped today, trapped tomorrow Trapped in love, trapped in sorrow Sorry my train, won't stop at your station Trapped today, trapped tomorrow Trapped to love, trapped in sorrow Sorry my train, won't stop at your station Have no explanation So, das war's nun Das wahrscheinlich vorerst, hoffentlich, letzte Old Day Music Camp Danke, dass ihr alle da wart Es war ein wunderschöner Abend, es war alles gelegnet Johannes und Kai, großartig Lanscher, vielen Dank Mach doch einen Weg, Jungs Oliciano, vielen Dank für das Sonnenlicht Für den gesamten Kuh von Lothar Für das Sitzböhr und den gesamten OVG-Team Für die Brunene Dafür, dass das hier alles funktioniert Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr da wart Und vielleicht... Bait